Ein senkrechter Zeigefinger. Die Grundformen. Für den ausgestreckten Zeigefinger nach oben ein schmales Rechteck. Für die übrigen Finger einen Halbkreis. Halb so hoch wie das Rechteck. Diese übrigen Finger legen wir in fünf kleinen Ovalen an. Wichtig ist dabei, dass die drei Finger links fast geschlossene Umrisse haben. Dadurch wirken sie nämlich geknickt. Den Daumen könnt ihr nach rechts runterbommeln lassen. Ein bisschen Schatten und fertig.